Der ins Ventil integrierte Reifendrucksensor ist am Markt sehr verbreitet. Sein Austausch ist eigentlich gar kein Problem, wenn man weiß, wie es geht. Und das erklärt Ihnen jetzt unser Fachmann Tobias Stephan. Zunächst muss ich den Sensor durch das Felgenloch stecken und die Überwurfmutter von der anderen Seite gegenschrauben. Ganz wichtig dabei, den Drehmomentschnüssel benutzen und die sensorspezifischen Drehmomente beachten. Außerdem muss man darauf achten, dass das Sensorgehäuse auf dem Felgenbett aufliegt und nicht in der Luft hängt oder schräg eingebaut ist. Beim Austausch der Serviceteile ist es natürlich enorm wichtig, die Reihenfolge des Aufbaus zu beachten. Und der Ventileinsatz muss auf jeden Fall vernickelt sein. Ähnliches gilt für die Ventilkappen. Diese dürfen ausschließlich aus Kunststoff sein. Moment, also zum Abschluss natürlich noch ganz wichtig, das Anlernen der Sensoren. Zum Beispiel mit einem VDO-Diagnosegerät. Natürlich erst, wenn der Reifen drauf ist, klar. Übrigens, VDO bietet zum Beispiel auch die passenden RDKS-Montagewerkzeuge. Damit haben Sie bei der Sensormontage immer das passende Tool zur Hand. Und wenn Sie noch viel mehr erfahren möchten über RDKS-Sensoren, die unterschiedlichen Typen, die Befestigung, die Funktionsweise, dann schauen Sie sich doch mal an, was das Continental Training Center zu diesem und zu vielen anderen Themen zu bieten hat. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.